Zum zweiten Lauf, bitte bei der Rennleitung melden. Wir kommen zur 60-Kerz-Klasse. Artikel Racing tanzt im Exel-Fessel von Grimmel. Artikel Racing tanzt im Exel-Fessel von Grimmel. Die Räume-Konel des Übernehmens übernehmen die Führung. Die Potenzen auf der zweiten Position. M&M auf drei, Race-Verfahren auf der vier. Fünfter Platz noch einmal. Artikel Racing. Action im Kessel. Artikel Racing ist draußen. Running Potatoes sind vorne. Runde links in ihrem Fahrzeug. Es geht runter weiter. Letzte Kessel von Grimmel. Noch sind die Entscheidungen nicht gefallen. Noch wüssten wir nicht, welche Fünf-Fahrer am Ende in der nächsten Runde sind. Die Protects auf zwei. Running Potatoes auf eins. Die Running Potatoes sind vorne. Die Blue Tanks auf zwei. Artikel Racing auf der drei. Indica Racing auf der vier. Der fünfte Platz wird angenommen von M&M. Die fahren weit raus in den Erdwald. Da sind alle noch ganz dicht beieinander. Der fünfte Platz. Da wird es spannend. Auch Race-For-Fun ist noch mit dabei. Genauso wie die Beute im Wasserflüchse. Action im Kessel. Die letzte Runde wird eingeläutet. Immer noch Running Potatoes auf eins. Die Blue Tanks auf zwei. Artikel Racing auf drei. Indica Racing auf vier. Und jetzt Race-For-Fun scheinbar wieder auf dem fünften Platz. Es geht rein in die letzte Runde. Die ersten fünf Fahrer kommen eine Runde weiter. Oh, oh, oh. Das wird eine ganz enge Kiste. Race-For-Fun sinkt sich noch einmal ein. Running Potatoes, Artikel Racing, Blue James.